Jo Leute, was geht? Willkommen hier zu diesem Video auf meinem Kanal. In diesem Video gibt es was Besonderes, nämlich zeige ich euch eine Aimbot-Waffe. Ja, man Leute, nämlich hat das etwas mit der Scar zu tun. Nämlich zeige ich euch, wie ihr eure Scar perfekt modifizieren könnt, damit ihr Aimbot habt. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich euch kurz mal einen Clip ein, welches Aim ich letztens hatte, als ich die Modifikation gemacht habe. Okay, Leute, erstmal ganz, ganz wichtig. Ich lande hier, um es euch zu zeigen, Lave Schlea. Ganz einfach, Lave Schlea ist ein sehr, sehr OP-Ort. Nämlich allein wegen der Frenzy-Auto-Shotgun, wegen der mythischen Shotgun. Vertraut mir, in Zero Build ist das ein Game-Changer, diese Waffe. Deswegen lande ich, um es euch zu zeigen, einfach mal Lave Schlea. Und ja, Leute, vertraut mir. Digga, Lave Schlea ist so ein OP-Ort in Zero Build. Erstens Frenzy-Auto-Shotgun, zweitens Tresor, drittens Medaille, Leute. Okay, Leute, ich würde sagen, ich lande nicht ganz in Lave Schlea. Ich lande hier. Ich loote ganz schnell und danach gehen wir in Lave Schlea. So, hier kommen einige mit. Und ja, Leute, ich werde euch versuchen, auch ein paar Tipps und Tricks für Noble zu zeigen. Da ich ja gerade Noble spiele, ich habe gerade ein bisschen Lags. Ja, komm. Kack drauf, ich werde einfach Lave Schlea landen. So, ich finde, Lave Schlea sind diese zwei Häuser die besten. Weil ich finde, dort kann man ganz ruhig looten. Und ich meine, keiner ist Lave Schlea mitgekommen. Das wäre heftig. Bro! So, sorry, Leute, aber die ganze Zeit habe ich irgendwie Lags. Uh, Leute, der Koffer kann uns sehr dolle helfen, wenn wir gegen den Boss fighten. Also, merkt euch das. Nerv nicht. Du auch nicht. So. Ich würde sagen, wir nehmen auch mal die Granaten mit. Die könnten wir vielleicht auch gegen den Boss anwenden. So, Leute, ich würde sagen, let's go, wir haben eine Scar. Wir werden die Scar gleich modifizieren. Komm, wir nehmen lieber die mit. So, nice. Wir haben ein echt echt gutes Loadout gerade. Ich würde sagen, wir gehen jetzt sofort zum Boss. Oh, Frenzy Auto Shotgun. Sehr wild. Ich würde sagen, wir gehen ganz schnell zum Boss. Komm, wir nehmen ein Auto mit. So. Bro, 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 bro. Okay, Leute, ab zum Boss. Okay, Leute, ich höre schon mal den Boss. Huf. Wir müssen aufpassen. Nämlich habe ich, äh, schon mehrere Videos versucht aufzunehmen. Aber immer wurde ich angegriffen, wenn ich den Boss geholt habe. Jetzt, aber jetzt. Mit meinem Mate. Mit der Frenzy Auto Shotgun. Okay, das ist schon OP, bro. Der Koffer ist OP. Jetzt lasse ich einfach mal meinen Koffer gegen ihn fighten. Okay, mein Koffer ist dead. Boah, ich bin auch gleich dead. Nein. Digga, die machen mir keinen Schaden. Ihr könnt mir nix. Und so bekommt man den Boss. Easy Boss. Easy Medaille. GG's. So, Leute, wir haben unser Ziel erreicht. Nice, nice, nice. Ich kann euch jetzt gleich die OP-Waffe zeigen. Das ist wirklich ein Game Changer. Ganz ehrlich. Also, bro. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt Tresor. Und, oh mein Gott, vertraut mir. Bleibt bis zum Schluss dran. Denn das ist ein Game Changer. Das ist so ein fetter Game Changer. Okay, Freunde. Der Tresor öffnet sich gerade. Und ich kann euch mal einen Tipp geben. Passt auf, wenn ihr Tresore öffnet. Denn da können Leute kommen und Clustergranaten einfach so da reinballern und euch dann easy killen. Deswegen passt ihr mal auf. Uh. Ne, Fake Sniper. Ich hasse das. Ich hasse es. Auf jeden Fall, Leute. Jetzt zeige ich es euch. Ah. Ne, das ist keine Sniper, oder? Nein, doch, doch. Okay, Leute, ich würde sagen, ich... Digga, das ist auch keine Sniper. Och, Junge. Ich würde sagen, Leute, ich zeige euch das Ganze mal. Aber davor öffne ich das. Das ist aber eine Sniper. Auf jeden Fall. So, let's go, Leute. Ihr geht die Waffe modifizieren. So. Die Waffe... Komm, wir machen mal alle Modifikationen weg. Jetzt, Leute. Ihr geht erstmal zu Lauf. Und geht dann auf Müdungsbremse. Äh, ich meine Schalldämpfer. Schalldämpfer, okay? Danach geht ihr hier und geht auf Laser. Fertig. Das hier ist die Aimbot-Waffe. Das hier ist die Aimbot-Waffe, Leute. Okay, okay. Wenn der Gegner unsichtbar ist, ist es natürlich nicht so heftiges Aimbot. Oh, nein, Bruder. Nein. Ah. Auf jeden Fall. Kleiner Go. Kleiner, kleiner Go. Kleiner, kleiner Go. Weg mit dir. Leute. Seht ihr das? War schon ein bisschen heftig. Okay, weg hier. Das meine ich, Leute. Deswegen, ihr müsst immer aufpassen, wenn ihr Tresor lootet. Da können irgendwelche Go's kommen. Da können irgendwelche Go's kommen und euch dann weglasern. Was mich auch sehr, sehr aufregt. Ja, ja. Sniper, 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 Sniper. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Schreibt mir mal eure Meinung zur Sniper in die Kommentare. Also, ich sag' euch ganz ehrlich. Ich sag' euch ganz ehrlich. Ich fühl' die Sniper nicht. Ich finde, Bro. Die macht One-Shot. Also, das feier ich nicht. Leute, ich geh mal auf Distanz, um es euch zu zeigen. Also, ja, das könnte zwar jeder treffen, aber vertraut mir. Im Video werdet ihr merken, wie heftig die Waffe ist. Also, bleibt einfach mal dran, Leute. Bleibt einfach dran. Okay, Leute. Wenn ich schon dabei bin, um euch die Aufsätze für die Sniper, äh, Ska zu zeigen, zeig' ich euch mal auch die Aufsätze, die ich auf meine Sniper benutze. Let's go. Abwertender Handgriff. Ganz, ganz wichtig. Und danach hier. Holo-13-Visier, finde ich am besten. Vertraut mir. Ich hab' damit bestes Aim. Also, ganz ehrlich, Sniper fühl' ich ehrlich gesagt nicht. Ich würd' es nicht schlimm finden, wenn die aus dem Game rausgenommen wird. Ich weiß, ich weiß, viele von euch lieben die Sniper. Aber ich, ehrlich gesagt, kann die Sniper einfach nicht leiden. Was ist das für ein Bug, Alter? Ich kann die Sniper wirklich nicht leiden. Deswegen würd's mich eigentlich auch nicht jucken. Ich wär' sogar etwas froh, wenn die Sniper rausgenommen wird. Weil, ehrlich, Bro. Ehrlich. Bro. So. Digga. Dafür brauchst du auch kein richtiges Skill für die Sniper. So. Die trifft eh fast jeden Schuss. Und. Digga. Also, ehrlich. Ehrlich. Ich will die nicht, Leute. Ich will die persönlich nicht. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Auf jeden Fall, ja, Leute. Hier. Ich wollte euch ja ein bisschen Tipps und Tricks, äh, für Zero-Bit geben. Und der nächste Tipp wäre Autos. Autos sind so, auch so ein Game-Changer. Guck, Leute. Ich sag' euch. Dieses Ding hat der Aim-Bot, diese Waffe. Wirklich. Ich sag' euch ganz ehrlich. Hätte ich diese, ähm, Modifikationen nicht drauf, hätte ich den auch safe nicht getroffen. Bro. Also, wirklich. Game-Changer. Auf jeden Fall, ja, Leute. Autos sind sehr, sehr wichtig in Zero-Build. Insbesondere, wenn ihr kein Routier-Item habt. Hm? 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 Ja, oh mein Gott. Also, heute ist mein Aim eh nicht so gut. Aber, Bro, dafür, dass mein Aim nicht gut ist, ist mein Aim auch gleichzeitig gut. Äh, was laber ich? Ach, keine Ahnung, Leute. Also, ich kann euch einfach nur sagen, dass diese, dass das einfach so OP ist. Diese Upgrades. Also, vertraut mir. Ihr müsst einmal in eurem Leben, äh, diese Modifikation testen. Auf jeden Fall, wir werden jetzt weiter fighten. Wir versuchen, den epischen Sieg für das YouTube-Video zu holen. So, wo sind denn die Nächsten? Ich versuche wirklich, jeden zu fighten. Oh mein Gott. Das meine ich mit dem Zielvisier. Bro, auch die Sniper finde ich richtig gut abgegradet. Er soll sich pieken. Ich habe die Aim-Bot-Waffe. Oh, oh, okay, der ist auch nicht schlecht. Bro, der Arme! Okay, das war schlechtes Aim von mir. Weg mit dir. Also, Bro, die Gegner haben keine Chance. Ich weiß, ich spiele zwar gerade keinen Ranked, aber trotzdem haben die Gegner einfach keine Chance. Bro. Bro. Danke für den Loot, Bruder. Danke. Ich checke diesen Bug nicht. Da steht, ich habe nicht nachgeladen, obwohl ich nachgeladen habe. Also, checke ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe halt immer noch keine Routier-Items. Checke ich nicht. Das checke ich auf gar keinen Fall. So. Wir werden jetzt die nächsten Gegner pushen. Um nochmal den ultimativen Beweis zu zeigen, dass das eine Aim-Bot-Waffe ist. Wirklich eine Aim-Bot-Waffe. So. Fahren wir mal weiter. Oh mein Gott, Digga. Mein Auto kann nicht mehr fahren. Das ist unmöglich. Ruin-It-Reels. Bro, was ist das? So. Okay, das ist ja auch zu krank. Ganz ehrlich. So, wir gehen Ruin-It-Reels, Leute. So, wir sind jetzt Ruin-It-Reels und da kommen Medaillen zu uns. Holy Moly Macaroni. Jogi. So, ich würde sagen, wir versuchen, die Medaillen zu fighten. So. Ah. Spaß. So. Ah, die fighten da schon ohne mich, Bruder. Ohne mich. Sag mal, schämt ihr euch nicht? Ja, ja, ja. Jetzt haben die aufgehört zu fighten. Die warten mich, ne? Ich komme doch schon. Chillt mal. Safe. Jemand ist auf dem Zug. Safe. Oder doch nicht. Komm, wir fangen die ab, Leute. Und vertraut mir, Büsche sind so OP. In den Büschen in Zero-Build zu vercampen. Das ist auch, Bro. Das ist heftig. Wo ist der Typ jetzt hin? Wo ist der Typ jetzt hin? Bro, der Typ hat Tower-Bot. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal weiter. Und das, was ich gerade mache, solltet ihr am besten nicht machen. Ich mache das nur für das Video. Weil ich will ja mehr, ihr wollt ja mehr Fight sehen. Ähm. Nämlich, ganz, ganz wichtig. Ihr solltet eure Impulses am besten nur benutzen, wenn... Oh, der Gegner war hier. Wenn ihr abhauen müsst. Impulses nur in Notfallsituationen benutzen. Außer ihr habt den Gegner One-Shot gemacht und ihr wisst, ihr könnt den holen. Dann kann ich ja verstehen, dass ihr Impulses benutzt. Aber in den meisten Fällen würde ich sagen, benutzt die am besten nur... Okay, okay, sorry. Ich hasse die Sniper. Das ist der endgültige Beweis. Bro, Sniper. Entweder muss genervt werden oder die Kacke wird entfernt. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vertraut mir. Das ist eine Aim-Bot-Waffe. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.